Das ist ja grün, aber richtig grün, ui, das sieht ja mal richtig ungesund aus, ey. Ja, hallo, 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 Snackbox, vernasche die Welt, äh, vernasche die Welt, äh, ja, wo kommt sie denn her? Ja, ich weiß es nicht, ich hab noch nicht geschaut. Also heute schauen wir uns wieder eine Box an. Ja, soll ich sie mal aufmachen? Ja, machen wir mal die Box auf. Schauen wir mal, es ist Weihnachten, ja. Oh, was ist das denn? Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt, ja, da fangen wir jetzt mal an mit der Fanta Fruit Punch oder Fanta Honey Lemon. Aha, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, genau, und da, da, der ultimative Snacktrip, okay, da das auch nicht etwas versuchen, und das Adventskalender, 24 leckere Vorfkalender, das ist auch nur eine Werbung. Aber jetzt, da kommen wir der Sache schon näher, das sieht doch aus wie eine Butter, Menschenskinder, da ist eine Snackbox, eine Vernaschebox aus der Thailand. Ja klar, da schauen, aus der Thailand. Oh, oh. Oh, 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 oi. Schau' nochmal, was haben wir da? Ja, da Thailand. Ja. Da. Schau' mal. Flipflops. Du bist Thailand. Tuk Tuk, der hat den Tuk Tuk, den kenn ich. Tuk Tuk Tuk. Aber Flip Flops, weiss ich nicht. Na, die laufen alle mit den Flip Flops da drum. Was ist denn? Pad Thai? Papp Thai? Ich weiss es nicht. Das ist was zu trinken, glaub ich. Das ist irgendwas. Und ein Moon Party. Ja, machen immer Moon Party. Ja, hei, hei, hei. Ja, hier haben wir Fun Facts. Da. Das Schwalben-Nest-Suppe. Ja, ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist mal irgendwie so... eine Delikatesse. 50 bis 100 Euro. Das ist ein Schwalben-Nest. Und die Dorian-Frucht ist in öffentlichen Verkehrsmitteln verboten. Ja, die stinken auch wie sauer. Das schmeckt lecker. Das glaubt man gar nicht. Du musst dir die Nase zuhalten und reinbeissen. Dass es liebend in Sahnebeisst. James Bond Bay. Das ist der James Bond Bay. Das war mal ein alter James Bond. So. Also, was haben wir hier? Lace... Blay Seaweed. Seaweed? Seagrass. Und was hat man das drin? Algen. Algen-Chips. Das... 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 Das, was beim Sushi außenrum ist, oder? Tja... So... So wie das Wallopsis aussehen. Das Lace-Logo sieht sogar anders aus. Das ist ja spannend. Tja... Das haben sie an der... Die englische Sprache angepasst. In der Schrift. Tja... Ich kann also überhaupt nichts lesen. Eigentlich ist eine englische Übersetzung. Spannend. Spannend. Naja... Ähm... Wir lassen es gleich mal auf. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Mal rein. Ja... Sushi-Geschmack. Sushi-Geschmack. Sushi-Geschmack? Algen-Papiernote. Sushi-Mark... Sushi-Macki-Miso-Happy. Steht da drauf. Das ist ja witzig. Maki... Weil Maki... Weil Maki... Weil Maki eine Sushi-Art ist, ne? Sushi-Maki... Sushi-Maki... Miso-Happy. Also es riecht irgendwie schon so ein bisschen, äh... so... nach... Fischsuppe. Mhm... Leicht sollt. Was ist eigentlich? Die', jetzt wirklich... Unabhängig. Ja... Ihr seid so witzig... Weil man sonst ein bisschen geschmacklos... Also da ist schon... Irgendwie... Ich überleg gerade... ...ich kenn irgendwie den Geschmack... Ja... Eine gewisse Schärfe ist noch... Na- ha- ha... Auf jeden Fall eine gewisse Schärfe... Hmm... Ich kenne so andere Chips, die so ähnlich geschmeckt haben, die gab es sogar im asialischen Laden. Na ja, die sind okay. Doch, das ist nicht ganz verkehrt. Ne, die sind in Ordnung. Das sind wirklich so algiger Geschmackengel. Angenehm. Was hat das denn mit der PepsiCo zu tun? Nein, das Lace gehört zum PepsiCo. Ach so. Doch, das war nie wieder cool. Okay. Also mal eine Check. Jetzt müssen wir mal schauen, war das eventuell sogar schon das einzig Würzige in dem Ding? Hm. Da hätte man sicher den Schlüsse aufheben sollen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich hätte gerne mal so ein bisschen mehr Würziges. Ich glaube der Rest ist alles süß. Tja. Nestle. Crunch Nuts Wafer. Das ist doch der kleine Ding. Oh. Wow. Das sieht so groß aus. Ja. Haben die das Bild bisschen gestaucht. Ja. Und dabei ist es dann nur der kleine Ding. Das passt aber auch nicht ganz von der Bitte. Das ist so wieder eine andere Art. Das wäre eine Doppelsache gewesen wahrscheinlich. Wie sonst niggas. Wie sonst schmeckt sie das so. So wird es gewesen sein. Hm. Das ist so schön. So. Das ist ein Stängelchen. Normalerweise sind es wahrscheinlich zwei Stängelchen. Ja. Das sieht doch aus wie der Twix oder der Trellwolle oder sonstige. Ja. Hm. Glicquot Cream Carlin. Harte Schale, weicher Kern. Waffelröllchen, Vanillecreme auch lecker aus dem. Was? Auch lecker aus dem. Das ist ein Milchkühlen oder so. Genießt nicht das Einfrieren. Das ist Gelato. Du gehst. Äh. Interesting. Das heißt, kann man einfrieren oder wie? Hm. Okay. Dann tun wir mal nicht alle gleich futtern. Dann kannst du da hinten ja auch noch eins einfrieren. Das ist. Mhm. Interesting. Glicquot ist dieser Hersteller, den man auch kennt von diesen Mikado Sticks. Ah. Okay. Das haben wir hier sogar wohl auch drin. Der schon auch jetzt. Ob die auch für Glicos sind? Ja genau. Das ist nämlich dieser Pock hier. Das ist was bei uns Mikado ist. Bei uns steht auch Glico drauf. Ah. Okay. Das heißt, die stecken hinter diesen ganzen Sticks. 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 Egal wie sie heißen. Stecken überall das gleiche. Da ist der kleine drin. So. Da ist der Open. Ich hoffe, das muss man nicht irgendwie kühlen oder so. Aber ich nehme mal an, dass das ganz die kühlen. Muss man das aber putzig tun. Jetzt sind noch kleine putzige Röhrchen. Und. Hopp. Mit einem. Okay. Jetzt weiß ich warum das jetzt mit der Kühlen ist. Mhm. Wenn das abgekühlen werde, wäre es vielleicht noch ein bisschen. Ja. Weil das ist ganz weich. Ja. Ganz weich. Außen waffelig. Okay. Ich werde es mal einfinden. Geschmacklich. Ja. Irgendwie süß. Süß. Ganz leicht zitronig finde ich. Aber zitronig. Ja. 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 Wir haben uns beschissen. Oh nein, das ist nicht wahr. Nein, Mensch. Das darf hier wohl nicht raus. Da werde ich mich aber beschweren. Das würde ich aber auch mal sagen. Das ist doch nicht wahr, ey. Du fehlst hier, Alter. Mensch, das können wir noch nicht mal das machen. Weil ich doch so ein heller Dickie-Fan bin. Das darf nicht sein. Ja, was machen wir jetzt? Ja, da testen wir halt den nächste, der Dini. Das ist ja unfassbar. Unverzeihlich ist das. Das kann ja auch nicht wahr sein. So, jetzt. Mango wächst an jeder Ecke. So. Aber nicht bei uns. Was? Was müssen wir da machen? Für 6 Gläser gesamt. 6 Stunden und 20 Minuten. What? What? So, hier Sprachkurs. Crashkurs. Savatdi. Hallo, Savatdi. Sabaidi. Schan. Hive. Namen. Ich habe Durst. Bier. Dabilla. Bier. 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 Doppel E. Hatt. Hatt sei. Ahan. 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 Ohnam. Ah, das Toilette. Toilette. Ok. Oh, nah. Weißt du das? Oh, nah. Oh, nah. Oh, nah. Oh, nah. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Blumen. Kroala Martsch. Bitter, aber sweet. Kroala Martsch. Bitter, aber sweet. Koala-Kekse gefüllt mit Zartblaschokolade von Lotte. Sind der Koala bei uns auch in der Lotte? Ich glaube nicht. Weil das ist doch der gleiche Börse oder der gleiche Koala. Das ist ziemlich ähnlich, aber ich glaube bei uns steht nicht Lotte drauf. Kann natürlich sein, dass Lotte trotzdem drin ist. Aber hier kann ich leider gar nichts entziffern über diesen Lotte. Naja, egal. Schauen wir mal rein. Ich mochte schon früher nur die mit Milchcreme, nicht die mit normaler Vollmilchschokoladencreme. Und die sind mit Zartblitercreme. Da weiß ich gar nicht, ob ich das mag. Mal sehen, ob eine Überraschung drin ist. Bei uns ist das immer eine Überraschung drin. Eine Überraschung. Das wird eine Überraschung sein. Das Bildchen. Das ist eine Überraschung, aber das komische Bildchen. Das ist keine Überraschung. Das ist keine Überraschung. Und das gibt ja kein Bildchen. Das ist keine Überraschung. Arigato. 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 Wie soll das denn? Was ist das denn? Quatsch. Arigato. Das stimmt wirklich. Australian Koala Foundation Dann guck ich mal, was da drin ist. Mal gucken, ob man überrascht so ist. Oder man muss die Case ein bisschen verdrücken. Ja, verdrücken, verdrücken. Machen wir das Bebrösel da los. So machen wir das Bebrösel. So, das sind jetzt die ganz klassischen Kekse. Man kennt den dunkel. Dunkel mit der aufgedruckten Koala. Ach, das ist vor allem... Das ist nicht meine Geschmack. Da ist auch nicht viel Creme drin. Die Creme ist recht trocken. Ja. Der ganze Dinger ist trocken. Ja, das ist wahrscheinlich von der langen Reise über... Da ist wahrscheinlich mit dem Schiff gekommen. Mh-mh, mag ich nicht. Und das Schiff, das hat sicherlich 6 Wochen Verspätung gehabt. Oreo-Gegs, Reiche zum Knuspern. Keine Milch zum Tunken nötig. Keine Milch. So, so. Weil die gefüllt sind nehm ich mal an. Aha. Aha, 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 aha. Tja. Tja. Aha. Einzel angeschmeißen. Einzel angeschmeißen. Einzel in der Klinik packen. Okay. Das bedeutet, das sind 3 Packer gut drin. 3 fallen. Das ist nöt schlecht. Wenn man das aller öffnen will, dann wird man den Rest drinnen lassen. Das kann man nicht fallen lassen. Ne, also das geht ja gar nicht. Dann kann man das bloß fallen lassen. Es gibt doch Brötelkekse. Na ja, schauen wir mal. Ach, schauen wir mal. Machen wir mal den Brötelkekse. Das ist ein dunkler Keks mit roten Streifen. Aha. Und so eine Art Füllung hier drin. Tja. Ich wollte keinen ganzen Keks. Wie riecht das denn? Das riecht wohl nach Erdbeeren. Mh. Was da hab ich da? Stratberg. Ja, Tatsache. Mh. Mh. Na ja, der Erdbeeren schmeckt ein bisschen günstig. Ja. Naja. Ja. Naja. Ja. Das ist... Wenn nicht ein Traum stehen würde, dann hätt ich es nicht... Ach, jetzt soll ich alles zerdrückt fahren? Nee. Mh. 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 Irgendwie nicht gut. Mh. 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 Muss man nicht unbedingt haben. Blueberry-Joghurt. Da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Das interessiert mich jetzt. Obst am Stiel. Was? Keks statt mit cremigen... Wassermelonen? Ach so. Da hätt' man zwei Sorten haben können. Entweder Wassermelonen oder... Äh... Blaubeermantel. Mh. Mh. Ja. Da hätt' man jetzt den Blaubeermantel aber lieber. Ja. Wassermelonen hätt' ich auch gern probiert. Schmeckt schmack. Wassermelonen. Mh. Mh. A watermelon. I like the watermelon. Watermelon. So. Dann tun wir mal da. Ich... Da Blueberry testen. Aber sind da kleine Streifchen. Oh. Da hab ich kaputt gebraucht. Mh. 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 Was ist das denn? Wenn ich hier schmack. Mh. Das war... Ja. Das erste kurze Stück. Das war wie eine Salzstange. Mh. 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 Der riecht auch ziemlich günstig. Mh. Der Geschmack. Mh. Mh. Sieht von der Verpackung her viel versprechend aus. Letztendlich. Das ist doch ein bisschen enttäuschend. Hätt' man doch lieber den Melan genommen. Mh. 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 Ja, mal sehen was wir da jetzt bekommen. Ui, das ist ja grün. Richtig grün. Das sieht ja mal richtig ungesund aus. Das macht auf mich so einen Eindruck wie der Wackerbott. Der Allmeister. Riesen tut es. Wow, wie seltsam. Wow. Ach, das ist speziell. Ui. Das schmeckt irgendwie nach der Medizin. Das muss man mögen. Das ist... Ich könnte jetzt nicht sagen, nach was es schmecken soll. Das ist komisch. Irgendeine Gaugummi. Das schmeckt irgendwie wie eine schlechte Gaugummi. Was soll man dazu sagen? Naja. Der Teil ist weit weg. Wahrscheinlich schmeckt es den. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Na gut. Jetzt ist es vorbei. Ciao Kakao. Bis dann. Antenne. Schreie Noelle. Ja, von mir aus auch Dax. Alles klar. Au revoir. Daumen hoch. Und da kommen da noch dazu. Und ab und nicht vergessen. Und dann würde ich sagen. Bis dann. Bis dann. Antenne.